Hallo. Hallo. Ich bin Niemand. Niemand? Ja. Hallo Niemand. Bist du auch von hier aus dem Osten oder kommst du von jenseits der Mauer? Ich komme von jenseits der Mauer. Hier aus dem Osten? Du auch? Du hast einen sehr schönen Königsmund. Hallo. Grüß dich. Guten Tag. Hi. Und kommst du auch von hier oder von jenseits der Mauer? Nee. Ich komme aus München. Aus München? Ja. Da haben sich die Lennestes jetzt auch niedergelassen. Die was? Lennestes. Ich sag ja immer, so ein wahres Weih braucht ein bisschen Winterfell da unten. Alles klar. Sind Sie die Mutter von diesem zarten Marinekäfer hier? Gute Arbeit. Danke. Hab gar nicht streng. Sie scheinen einen sehr soliden Stammbaum zu haben. Warum bleibst du in so einem Kostüm? Kostüm? Das ist meine Alltagskleidung. Hä? Sieht das nicht gut aus? Bist du auch stehen geblieben oder was? Ja. Hier bei dieser zarten Rose bin ich stehen geblieben. Das ist voll gemein. Hey, na. Wollt ihr mit mir Drogon nehmen? Nein. Nee, nein. Ich bin Jora-Student. Wenn du irgendwelche Fragen hast, politische Fragen, ich kann dir weiterhelfen. Danke. Du hast übrigens einen sehr schönen Königsmund. Kann ich dich zu mir nach Hause brüllen? Nein. Wir können die ganze Nacht wache halten, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ist schön für dich, aber nein. Na dann, Asche auf mein Haupt. Ciao. Sieht doch gut aus, oder? Ja. Einzigartig auf jeden Fall. Dankeschön. Danke gleichfalls. Hast du was dagegen, wenn ich meinen grauen Wurm, meine kleine Dorne, in deinen Rosengarten verstecke? Hey, na Mädels? Kommt ihr mit auf meine Burg? Das ist Winter nicht das Einzige, was heute Abend kommen wird. Nee. Oh, hallo, heute Abend. Na? Hast du was dagegen, wenn ich meinen grauen Wurm in deinen kleinen Rosengarten bringe? Schaut mich an. Ich hab blondes Haar. Blaue Augen. Ich bin Aria. Aria. Stark von Winterplan. Das war auf jeden Fall jetzt tolles Game of Thrones Video. Also nicht das Hauptvideo, das kommt wahrscheinlich auch mal, wenn wir genug Ideen zusammen haben. Da kommt gerade Anna. Und das nächste Mal mache ich das ohne Kostüm. Und vielleicht ist das besser, weil da riechen die Leute nicht gleich Lunte, dass da irgendwie was komisches passiert. Wir werden sehen. Also natürlich nicht nur noch mal Game of Thrones, sondern was anderes. Drei.